Hallo, willkommen bei der CONSIMO Ausgleichskasse. Ich bin Shehida, das ist Samia und das ist Kaltrina und wir zeigen dir heute einen Alltag in der CONSIMO. Wir bei der CONSIMO haben viele Kundenkontakte, per Mail und auch telefonisch. Zudem arbeiten wir auch mit verschiedenen Amtsstudien zusammen. Bei uns in der Lehre lernst du verschiedene Bereiche in der Sozialversicherung kennen. Beispielsweise die AHV-Rente, wo die Altersrente berechnet wird. Ebenfalls die Familie zu lagen, wo unser Team prüft, wie viel Geld die Familie überkommt. Bei uns gibt es auch noch vieles mehr, lass dich überraschen. Was mir an der CONSIMO gefällt, ist, dass wir fünf Wochen Ferien haben, plus eine Woche Betriebsferien zwischen Weihnachten und Neujahr. Wir sind in Zürich sehr zentral gelegen und das SBB-Halbtagsabend wird auch übernommen. Bei uns herrscht eine Du-Kultur, das heisst, du kannst alle Duzen. Falls du dann weiterhin nach der Lehre bei uns bleiben würdest, hättest du auch gute Weiterbildungsmöglichkeiten in den verschiedenen Abteilungen. Wenn du die Lehre bei uns machen möchtest, dann musst du Freude an Kundenkontakt haben, motiviert sein und gerne am PC arbeiten. Haben wir dein Interesse geweckt, dann bewirb dich jetzt bei uns. Wir freuen uns auf dich! Timor. Timor. Bis zum nächsten Mal.